Die ist installiert, also schon parallel hier in den zweiten Elektroschriff. Dann haben wir den Verein, der ist dann hier. Sie sind vorhin im Schatten gesessen, dann bündelt sie hier von den schwarzen Flüssen. Ich kann da oben sagen, dass man hier nicht einmal Milken unterstellt, dann ist irgendwann ein bisschen tritt, muss man sich hier annehmen. Sie haben hier ein leichter Wind, das können wir noch mehr, ist hinten durch. Er ist dann auch notwendig, wenn wir das Fahrzeug brauchen, dann heißt das auch, wenn wir da jetzt hier in der Schraubung sind. Ja, aber das ist die Nervosität weg, wenn man die Konkurrenz gemacht hat. Ja, ich sehe das völlig entspannen. A, kann man sich auf den Rottweiler hier zuweiten, das ist immer noch nett. B, sind Sie bei den Vereinten der Einrichtung? Ja, das ist schon möglich, aber dann ist es gut. Ja, aber das ist das bei den Vereinten der Frau in Felbe, der ist mehr und mehr bei den Medien. Aber die Fotos, der ist alles da so eine Frau, die hat sich dann einfach eine Frau angeht, die hat sich dann auch eine Frau aus dem Sport. Ja, die ist recht. So. Heidi? Ja, das ist jetzt auch noch ein bisschen. Und jetzt überhaupt noch ein bisschen, wenn, 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 die Kinder hier wieder ... ... wieder ein bisschen ... ... so, weil sie kann ja alle sehen, was ... ... ganz gut sind. Aber, wie meisten ist es, die hat noch ganz hart über die ... ... die, dien die, die haben da so ein bisschen, dass man richtig gerade Arbeit ist und eigentlich nur mit Beweis verwendet zu erreichen. Ja, die, die da ist wirklich gar nicht mehr. Der hat mich schon beinahe gewissen und wenn der festhängt, der lässt nicht wieder los. Was habt ihr denn geschafft? Für die Umstände hier. Ne, ach das geht ja schon nicht da drüber. Ich hab's immerhin ja vorgesagt, dass ich nur froh, dass du hier bist. Ne, das ist schon einfach das Schubteil. Meinst du, sie sind auch heute nicht so hart? Trotzdem, das ist... Es ist schon sehr viel anspannend. Der Michael Lüger kommt nicht gut. Der ist von der Arbeitsverschiene. Der soll Arbeitstier sein. Und der hat auf der Mali-Weltmeisterschaft den ersten gemacht. Echt? Ja. Naja, der ist wirklich ernst zu nehmen. Da sind wir ja da. Auf die anderen Turnieren haben wir ja schon alle gezeigt, was wir können. Ja, so sind wir alle nicht hier. Ja. Na, ja. Na, ja. Na, ja, na, ja. Na, ja, na, ja. Na, ja. Na, ja. Die fahrt in der kleinen Hände, äh, ziemlich frei. Ja. Ja, ja, ja. Ja, da sind wir ja nicht so schön. Ja, sonst, ja, meine Frau um Viertelkunftsweiter, die hat die Stadt Nummer 15. Ja, natürlich. Und nach der Borde hast du nicht in der Nachdenkunft gekommen? Ja, ich bin eben erst reingegommen. Ich hab geschlafen unter dem Papillon. Das war wunderschön, leichter Wildschatten. Nach rechts. Sie hat schon tolle Ergebnisse geerbt. Seitdem wird alles offen. Und da muss man sich jetzt nicht durchführen, weil der Hund ist so viel, den kennt man ja nicht. Es soll ja auch noch Spaß geben werden. Das ist eine Idee, oder? Es gibt kein Geld dafür, es kostet nur. Meine Mutter fragt, und was gewinnt ihr dann? Ich sag gar nichts, das kostet alles nicht. Warum macht ihr das denn nicht? Ich sag, weil es passt nicht. Das ist ja auch nicht genug, wenn der Hund das gelernt hat. Das ist ja eigentlich das. Aber das ist ja der Herr Pfieber. Das ist ja der Herr Pfieber. Ich habe die Höhre und die Höhre. Aber das sind ja der Herr Pfieber. Ich habe die Höhre. Ich habe die Höhre und die Höhre. ... weil die auch mit der Geometrie vom Fahrwerk da nicht ein Problem haben. Aber wenn man da sitzt, die hinten hinterflutet, die muss sie immer so machen. Ja, zwei Tage die Woche. Ja, aber ja auch. Ja, aber ich war jetzt nicht so, wie ich weiß habe, wie das Name ist. Das kenne ich von Ihnen. Wir haben es immer wieder. Es ist krass, das Bild hier zu dem, wie du bist. Ja, das ist krass, das ist krass, das ist krass. Ja, 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 das ist krass.